Gibt es den Sascha und Leon Skin? Das wäre geil, Alter. Ja, schieß auf mich. Na los! Drück ab! Drück doch ab! Sehr suspekt. Ach ja? Bin ich sehr suspekt, also. Du bist sehr suspekt. Wen beobachtest du da, Sascha? Sascha. Du bist unsicher. Vielleicht. Der Runde geht wieder an mich, Freunde. Es ist so einfach, seitdem ich weiß, wie ich spielen muss. Es tut sich ja gar nichts hier. Ja, das heißt, ich bin hier dicht auf den Fersen. Ich bin heute im Schrei-Modus. Merkst du das? Ich merke nur eins. Ja? Ich bin hier dicht auf den Fersen. Sind sie das, der Herr? 100 Prozent. Digga, Briefe-Lack. Okay, okay. Geil, dass es das für einen Fachbegriff gibt. Du bist entweder der Blaue, der Gelbe oder der Grüne. Wie finde ich das? Ja. Dann schieß doch einen davon ab. Aber wer ist es? Wer wird es sein? Blau, grün oder gelb? Niemand weiß das. Nur ich. Weil ich bin der einzig wahre Outlaw. Digga, du machst dich hier nur lächerlich. Sobald du die Handschellen klickst. Nee, hier gibt es keine Handschellen. Hier gibt es einfach nur Schüsse. Ich werde es hier einfach niederstrecken. Mal schauen, ob du am Boden auch noch so taff redest. Ja? Tough Guy. Tough Guy. Ja. Ja.